Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem, ja, etwas speziellen Video. Heute bauen wir einen sogenannten Kraken-Drive, einen Kraken-Antrieb. Bekannt geworden ist es durch KSP, Kerbal Space Program. Dabei benutzt man zwei Andock-Luken, die sich quasi gegenseitig anziehen und damit quasi die Rakete oder das Fahrzeug, was ihr eben habt, beschleunigt. An sich ist es ein Bug, das heißt, in zukünftigen Versionen wird es wahrscheinlich nicht mehr existieren. Das kann natürlich gut sein, dass es schon in der nächsten Version ist, aber weiß man halt eben nicht. Solange können wir einfach mal noch damit herumspielen, ein bisschen herum experimentieren und das möchte ich heute in diesem Video machen. Ich habe es mir nur ganz kurz angeguckt, also ich habe ein bisschen was experimentiert, aber im Grunde kann man das vernachlässigen, ja. Das heißt, hier gehe ich auch mit quasi null Wissen rein. Ich weiß nur, das sind irgendwie zwei Andock-Luken, die ziehen sich an und dann beschleunigt die Rakete auf einmal, ja. Man muss dazu sagen, diese, ja, diese Kraken-Antriebe, die haben kaum Schub, ja. Also sie verbrauchen natürlich keinerlei Treibstoff, weil sie eben einen Bug ausnutzen, aber sie sind relativ groß und haben relativ geringen Schub. Das heißt, das bringt eigentlich nur im Weltraum was. Oder wenn ihr hier eben einfach mal kurz die Cheats benutzt, denn ich möchte diesen Kraken-Driven nicht immer wieder ins All schicken, damit er irgendwas machen kann. Wir benutzen hier einfach mal Cheats und sagen, keine Gravitation an und dann können wir die quasi einigermaßen gut miteinander vergleichen. So, dann hätten wir das, die Einleitung. Vorher möchte ich euch noch zwei Bugs zeigen, die mir aufgefallen sind, die recht gefährlich sind, wenn ihr nicht gut darauf aufpasst. Nämlich einmal das und nehmen wir mal hier irgendwie ein strukturelles Teil, einmal das, ja. Das sind zwei Bugs, die mir bereits aufgefallen sind, die nervig sind. Einer von beiden ist deutlich nerviger als der andere. Ich zeige es euch einfach mal. Und ich werde die beiden auch auf dem offiziellen Discord-Server melden. Also wir haben hier ja diese beiden Andock-Luken. Können wir einfach mal eine Stufe machen. Wir packen die da beide rein. Und wenn wir starten, dann gehen die nicht ab, ja. Also da müsst ihr aufpassen. Wenn die kleinen Andock-Luken zur Hälfte quasi überlappen mit irgendeiner anderen Andock-Luke, also auch mit den großen oder mit den mittleren, dann gehen die einfach nicht ab, ja. Man kann das beliebig oft machen, es passiert einfach nichts. Das erste Bugs, der zweite, ihr seht die mittlere Andock-Luke hier und die ist aus irgendeinem Grund verbunden. Auch wenn sie es nicht sein sollte, ist natürlich ganz interessant. Keine Ahnung warum, aber naja, egal. Das sind jedenfalls die beiden Bugs, die ich euch schon mal zeigen wollte. Einfach mal darauf achten, dass das bei euch nicht vorkommt. Müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Genau. So, dann gehen wir zurück zum Bau und dann löschen wir das einfach mal alles und fangen an mit unserem Kraken-Antrieb, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, wie man das machen soll. Also, wie gesagt, mit null Wissen gehe ich hier rein. Machen wir hier irgendwie mal so eine kleine Verkapselung oder so, keine Ahnung. Nehmen wir hier mal strukturelle Teile, machen einfach mal so eine Box und da drin ist jetzt unser Crack and Drive. Ähm, ja. Gut, dann fangen wir mal an. Machen wir hier einfach mal irgendwie so eine Andock-Luke hin und keine Ahnung, machen wir so eine daneben und dann machen wir hier oben so ein Teil hin, was daneben durch die Gegend geschleudert wird. Probieren wir das mal aus. So, und dann... Oh. Okay, dann müssen wir halt noch ein paar weitere Cheats anmachen. Ähm, und zwar kein Kollisionsschaden. Das kann man bestimmt noch ein bisschen anders machen, aber versuchen wir es mal so. So. Oh. Okay. Okay, dann müssen wir wirklich was daran ändern. Ähm, da gibt's nämlich diese Abtrennkraft, heißt die, glaube ich. Ja, Abtrennkraft. Machen wir die einfach mal auf null. Dann knallt das nirgendwo gegen und bleibt hoffentlich auch nirgendwo stecken. Versuchen wir's nochmal. Und... Ui. Okay, wir wurden beschleunigt, aber in die falsche Richtung, wie's aussieht. Okay. Ja, gut. Ähm, das war natürlich hier nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Oh, oh, okay, okay. Ah. Okay, bitteschön, da haben wir einen Crack'n'Drive. Ähm, der ging halt einfach in die falsche Richtung los. Gut. Damit hätten wir einen. Ähm, natürlich eine Gefahr ist, wenn das sich jetzt hier auf einmal ankoppelt, dann ist natürlich doof, glaube ich. Dann geht der natürlich direkt aus und wir fallen wieder Richtung Erde. Ähm, mal sehen, ob ich das hinkriege mit dem Ankoppeln. Da haben wir es. Und jetzt haben wir keinen Antritt mehr. Ihr seht, wir wären gar nicht mehr schnell da. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall verändern. Ähm, ja, okay. Also, der funktioniert jetzt hier sehr eingeschränkt. Müssen wir mal austesten. Wir drehen das einfach mal, hoppla, wir drehen das einfach mal hier auf die Unterseite oder so. Und dann machen wir die vielleicht anders rum, vielleicht so rum. Ähm, hoppla. Ich will natürlich keinerlei BP-Editing-Sachen benutzen. Das könnte man natürlich alles machen. Ähm, aber an sich möchte ich das auch ohne probieren. Man kann zum Beispiel die Anziehungskraft, die Magnetkraft von den, ähm, Andock-Luken deutlich stärker machen, als sie eigentlich sein sollte. Aber davon lasse ich einfach die Finger. Ja, das überlasse ich dann einfach euch. Das könnt ihr machen. Ähm, ich bin da nicht so ein Fan von. Ich mach das ganz gerne Vanilla. So, versuchen wir das nochmal. Mal sehen, wie das funktioniert. Ähm, jetzt ist auf jeden Fall die Gefahr gebannt, dass die sich irgendwie gegenseitig andocken. Und dann sollte es angezogen werden. Hallo? Nein, jetzt nicht mehr. Komisch. Hm, okay, das ist... Na, doch, jetzt wird's angezogen. Das ist, äh, ein bisschen merkwürdig. Vielleicht braucht's doch ein bisschen Geschwindigkeit zum Anfang hin. Okay, wir, äh, schleunigen hin und wieder und dann werden wir hin und wieder langsamer. Vielleicht muss es so ein bisschen schneller hin und her schwingen. Keine Ahnung. Ähm, weil jetzt gerade schwingt es recht langsam hin und her. Vielleicht können wir das ein bisschen schneller machen, indem wir hier die Anziehungskraft, die Magnetkraft von den allen ein bisschen erhöhen. So. Vielleicht klappt das ja. Wie gesagt, ich hab da praktisch keine Ahnung. Das sind hier meine allerersten Schritte, die ich mache. Und ich stolper noch sehr viel. Okay. Es schwingt sehr stark. Aber vielleicht zu stark hin und her. Vielleicht sollte es nur irgendwie weiter oben herum schwingen, damit das quasi einen nach oben zieht. Ich meine, wir bewegen uns auf jeden Fall. Ähm, aber nicht sonderlich schnell. Okay, dann versuchen wir mal was anderes. Wir blockieren quasi die untere Hälfte so ein bisschen. Machen das einfach mal... Komm schon. Einfach mal so. Und dann machen wir das so hin. Mal schauen, ob das klappt. Damit könnte man den natürlich deutlich kompakter dann auch gestalten. Wir sehen, ob das funktioniert. Nö. So ein bisschen hin und her schwenken. Doch, ein bisschen. Ein bisschen bewegen wir uns. Aber sieht nicht so aus, als würde das der Kraken-Antrieb machen. Es war einfach nur die Geschwindigkeit, die wir am Anfang hatten. Okay. Genial. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ähm, ja. Gut. Dann suchen wir mal nach ein bisschen anderen Ansatz. Vielleicht machen wir das tiefer. Und geben dem hier ein bisschen eine Abtrennkraft. Damit das quasi hin und her schwingen kann. Weil vorhin wurde es halt nur durch die Magnete gemacht. Vielleicht kann man das so ein bisschen beschleunigen. Ja. Doch, doch. Guck. Wir bewegen uns hin und her. Nach oben, nach unten. Und... Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich sollte es vielleicht doch wieder ein bisschen nach oben verschieben. Ich glaube, das mit dem nach unten verschieben war nicht so gut. Machen wir es einfach mal wieder nach oben. Vielleicht so. Vielleicht braucht halt einfach ein bisschen Geschwindigkeit am Anfang. Das kleine bisschen können wir ja immer hinzugeben. Das ist ja die automatische Abtrennkraft. So. Und es wird angezogen. Genial. Aber auch nicht weiter. Gut, gut. Dann machen wir das in der Mitte wieder weg. Ähm, wenn das gar nicht erst funktionieren möchte, dann bringt das auch gar nichts. Dankeschön. So. Ähm, was werden wir das... Tja, was werden wir das einfach mal so machen? Das bisschen Geschwindigkeit, was wir dann da haben, lässt uns dann nach oben schwingen. Na, bewegen wir uns so ein bisschen. Also, ja, wir bewegen uns, ähm, aber nicht sonderlich schnell. Schwingen nur so ein bisschen hin und her. Gut. Vielleicht sollten wir die Magnete unterschiedlich einstellen, weil an sich wollen wir ja mehr nach nach oben schwingen. Vielleicht sollten wir die hier, keine Ahnung, nur halb so stark machen, damit wir quasi immer weiter nach oben schaukeln. Ähm, probieren wir es einfach mal aus. Na, irgendeine Bewegung? Hm, nö, nicht wirklich. Was, wenn wir uns umdrehen? Aha. Aha, wir haben eine Beschleunigung. Wir werden schneller. Okay, das ist interessant. Ha, dann müssen die schwachen Magnete weiter oben sein. Ja, wobei, es könnte tatsächlich Sinn machen, die, die starken Magnete hier unten ziehen ja quasi das Teil in der Mitte an und ziehen sich dabei selber ja nach oben. Ja, das könnte Sinn machen. Probieren wir das mal. Drehen wir das einfach mal um. Einfach mal die hier oben wegnehmen. Und dann setzen wir die da oben hin, machen wir die hier hin und es scheint ja einen großen Unterschied gemacht zu haben. Ähm, dann machen wir hier vielleicht die Magnetkraft noch ein bisschen schwächer. So. Dann machen wir sie mal deutlich schwächer. Mal sehen, was das macht. So, und wir beschleunigen. Wunderbar. Das ist doch sehr schön. Und da haben wir im Grunde schon einen kleinen Antrieb. Er ist nicht sonderlich stark, aber immerhin, ja. Immerhin, wenn ihr jetzt im Weltall wärt, dann hättet ihr direkt einen Antrieb. Und der ist natürlich überhaupt nicht sicher. Das heißt, sobald man hier die normale Zeitbeschleunigung benutzt, nicht die physische, dann beginnt ihr natürlich den Magneten hier in der Mitte zu verlieren und dann ist er natürlich weg. Das ist natürlich schade. Ähm, daher, ja, muss man mal schauen. Okay, was passiert, wenn ich die hier auf Null setze, die obere Magnete? Weil ich hab die jetzt hier auf den niedrigsten Wert gemacht, den man machen kann. Was, wenn man die auf Null macht? Funktioniert das dann immer noch so gut? Funktioniert es besser? Weiß ich nicht. Ich hab ja bisher auch noch keine Möglichkeit gehabt, um die zu vergleichen. So, wir beschleunigen auf jeden Fall. Ähm, ob's mehr ist, weiß ich nicht. Vergleichen wir das mal. Ähm, fliegen wir mal bis zu einer Höhe von sagen wir 100 Metern und dann schauen wir mal, wie die Geschwindigkeiten von den beiden dann sind. Dazu beschleunigen wir auch mal ein bisschen die Zeit. So, 90 und 100. 4,3 Meter pro Sekunde. 4,3 Meter pro Sekunde. Dann können wir jetzt hier einmal die obere Magnete nehmen und quasi wieder rückgängig machen. Dann machen wir das hier ein bisschen auf 0,1. Mal schauen, welche Geschwindigkeiten wir dann bekommen. So, dann beschleunigen wir auch mal hier die Zeit. Wir hatten 4,3 Meter pro Sekunde. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Ob's besser ist, ob's schlechter ist. Keine Ahnung. Mh, das war nur bei 4,2. Also, ähm, die da auszumachen ist deutlich, deutlich besser. Gut, ähm, dann keine Ahnung. Ich bin hier irgendwie an einem toten Punkt gerade angekommen. Machen wir das einfach mal kleiner. Was ist, wenn wir mehr Magneten nehmen? Kleinere Magneten. Ähm, weil ich hab nämlich herausgefunden, schaut euch mal das an. Wenn wir hier drauf gehen, die maximale Magnetkraft liegt bei 1 Kilo Newton. Und hier liegt die maximale Magnetkraft bei 1 Kilo Newton. Also, die haben genau dieselbe Magnetkraft, obwohl sie unterschiedliche Größen haben. Und das hat garantierten Einfluss. Wenn wir jetzt hier einfach zwei Paare von diesen starken Magneten nehmen, auf die maximale Magnetkraft packen und dann hier ähm, zwei Paare und auf die, äh, quasi auf Null setzen, dann ist das bestimmt eine bessere Beschleunigung als zuvor. So, da beschleunigen wir. Und vom Gefühl her würde ich sogar sagen, es ist ein bisschen schneller. Schauen wir mal nach, wie das bei 100 Metern Höhe ist. Ja, locker. Ich meine, wir haben hier bei 50 Metern schon dieselbe Geschwindigkeit erreicht. Also, wir haben etwa den doppelten Antrieb hier. 5,8. Ja, also, das ist ein deutlicher Unterschied. Das kann man schon dazu sagen. Das ist ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Heißt, wir haben hier schon einen recht guten Kraken-Drive. Ähm, ich weiß nicht, ob man den noch irgendwie ja, verbessern könnte. Also, man kann garantiert noch verbessern. Ähm, was ist, wenn, was ist, wenn die da weg sind, wir das hier auf Null machen und den quasi als den Magneten da oben verwenden? Ich meine, an sich würde es relativ wenig Sinn machen, vor allem ich packe das wieder hier rein. Ähm, was eben schon meinen Kraken-Drive kaputt gemacht hat. Aber mal schauen. Mal schauen. Oh, okay. Okay. Ähm, es scheint zu funktionieren. Wir haben auf jeden Fall weniger Masse. Das sollte auf jeden Fall helfen beim Beschleunigen. Mal schauen, wie viel Geschwindigkeit wir jetzt bei 100 Metern Höhe haben. Und 6,8. Also, okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir können jetzt auch hier die Menge an Magneten erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man die direkt daneben macht. Keine Ahnung. Aber wir können auf jeden Fall die jetzt hier in der Lücke unten drunter quasi rein stapeln. Wir machen es mal wieder ein bisschen breiter. So, sagen wir mal Struktur. Und dann machen wir hier so eine kleine Box. Man kann es wahrscheinlich auch ein bisschen weiter nach oben verschieben. Ähm, wir bauen mal hier ein bisschen was außenrum, damit es uns nicht abhaut. Später machen wir da noch ganz sicher eine Box rein. Ähm, ähm, eine Andruckluke rein, damit man das quasi wieder anbinden kann, wenn man die Zeitbeschleunigung benutzen möchte, aber das kommt später. Und jetzt müssen wir die hier irgendwie möglichst effizient rein stapeln. Ähm, ja, machen wir das mal so. Und so, und dann kann man hier irgendwie, vielleicht macht man das Ganze so. Das sind dann ja relativ viele auf einem Haufen. Und, ich weiß nicht, das ist ja, an sich, wir hatten ja eben über den Bug nachgesprochen. Die sind dann an sich nicht verbunden, aber irgendwie schon. Mal schauen. Ja, einfach mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Das ist natürlich noch eine Lücke drinne. Kann man bestimmt noch ein bisschen ausbessern. Aber schauen wir einfach mal nach. So, vom Gefühl her. Wir sind viel schneller. Ja, wir beschleunigen viel stärker. Ja, wir sind tausendmal schneller. Schaut es euch an. Schaut es euch an. 10,4 Meter pro Sekunde. Also, jetzt müssen wir einfach noch Magneten hinzufügen und das irgendwie kompakt da reinstecken und dann passt das schon. Also, wie kann man das besser veranstalten? Ich würde sagen, wir müssen halt möglichst wenig von diesen strukturellen Teilen hier in der Mitte haben. Das wäre schon ganz wichtig. Ähm, machen wir das mal so. So und, so und ihr erinnert euch ja eben an den Bug. Also, an sich, so werden sie verbunden. So sind sie es aus irgendeinem Grund nicht. Also, das ist dann quasi die maximale Menge an Anziehungskraft, die man eigentlich haben kann. Ähm, ist natürlich jetzt, ich glaube, drei Andocklücken mehr. Vorhin hatten wir ja dieses vierer strukturelle Teil und eine Lücke. Das heißt, es sollten jetzt drei Stück mehr sein, die da oben die Andockluke anziehen. Und dann kann man da ganz sicher so unendlich viele Magneten auf den Haufen packen und dann funktioniert das wahrscheinlich richtig gut. Aber wir machen das hier natürlich schön in Vanilla. Wir hatten 10,4 und wir haben es direkt geknackt. Also, ja, ich weiß nicht mehr genau irgendwie was mit elf, elf Meter pro Sekunde. Versuchen wir es nochmal. Ich habe nicht ganz darauf geachtet. Das war ein bisschen zu schnell. Also, schauen wir mal nach. Oh, hoppa. Haben noch gar nicht beschleunigt. So, 70, 80, 90, äh, 11,6. Also, wir sind schon deutlich schneller. Dann können wir hier durch die Gegend gondeln. Ähm, das bewegt sich natürlich durch die Gegend. Vielleicht kann man das irgendwie da drin erhalten. Ähm, vielleicht mit so einem kleinen Fallschirm. Ähm, ja, packen wir da mal einen kleinen Fallschirm, also diesen seitlichen Fallschirm dazwischen. Wenn das Spiel mich endlich Sachen machen lässt. Machen wir das mal so. Dann wackelt das nicht so hin und her. Ähm, vielleicht könnten wir sogar sagen, wir machen zwei davon hin. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie stärker anzieht, aber die sind ja an sich dann da drin so eingequetscht. Probieren wir das mal aus. Aber wir erwarten natürlich, dass es ein bisschen langsamer ist, weil wir haben jetzt hier mehr Masse, die wir beschleunigen müssen. Hm. Okay, das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Hin und Her schwingen, ist völlig irrelevant. Ihr seht, das beschleunigt einfach so. Und wir sind deutlich schneller. Wir waren irgendwie bei 16,8 Meter pro Sekunde. Also das hier ist deutlich besser mit den zwei Magneten. Was ist, wenn wir da so vier Magneten reinklatschen? Also einfach die doppelte Menge. Ähm, mal schauen, ob das dann klappt. Darf ich? Bitte, danke, Spiel. So, machen wir das mal so und so. Dann müssen wir hier natürlich alle vier reinpacken. Müssen wir die irgendwie gleich noch irgendwie daran verbinden. Mal schauen. Ähm, erst mal probieren wir das aus. Hui, okay. Also, man kann auf beiden Seiten die Magneten, ähm, hinzufügen. 22, irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Über 22 Meter pro Sekunde in 100 Metern Höhe. Das heißt, wir haben hier einen ziemlich ordentlichen Antrieb. und der, der wackelt hin und her. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber an sich, wir haben, wir haben einen, äh, Kragenantrieb. Ja, also so baut man ein. Im Grunde nehmt ihr hier oben Magneten, die, ähm, eine Anziehungskraft von quasi 0 Kilo Newton haben und dann hier unten ganz viele mit, äh, 1 Kilo Newton. Und dann wird das was. Ja. Ihr seht, wir sind hier bei, äh, 41 Meter pro Sekunde und natürlich, wir werden jetzt hier immer schneller. Vor allem auch, wenn wir hier außerhalb der Atmosphäre dann sind, können wir quasi unendlich stark beschleunigen. Und wir drehen uns scheinbar ein bisschen nach rechts, weil die Magneten da drin so hin und her baumeln. Ähm, was natürlich nicht ganz so schön ist, aber naja. Ähm, grundlegend haben wir jetzt hier schon einen Antrieb. Und wir sind hier schon bei 5 Kilometern Höhe angekommen, ohne ein bisschen Treibstoff zu verwenden. Heißt, wir können das jetzt hier noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, intelligenter Design. Ähm, ich würde das ganz gerne hier quasi wieder andockbar machen, dass man das quasi auch wieder zurücksetzen kann. Müssen wir aber davon, äh, die quasi davon abhalten, sich wieder zu verbinden. Und das macht man wie, also an sich könnte man es ja mit Landebein machen. Also wenn man die so so ausfahren lässt, so ungefähr, dann bräuchten die aber auch ein bisschen Platz, um sich zu bewegen. Ähm, sonst werden die einfach hier aus dieser Hülle quasi rausgedrückt. vielleicht können wir auch die Solarzellen verwenden. Das ist fast perfekt, warte mal, wenn wir das eins nach unten setzen. Dann schiebt es die ja quasi beide gleichzeitig nach oben. Das könnte ganz gut funktionieren. Ähm, dann können wir auch hier den Antrieb größer machen, aber das machen wir gleich. Ich werde ja erst mal austesten, ob das funktioniert. also verbinden wir das hier mal so, so und so. Und dann machen wir die mal und kurz zuvor eigentlich die Solarzelle hier. Dann schauen wir mal, ob man damit was anfangen kann. So, und kurz bevor das da oben ankommt, sagen wir abkoppeln. Und da ist ja jetzt so eine winzig kleine Lücke drin. Und jetzt beschleunigen wir wie sonst was. Und an sich haben wir ja auch hier zwei weitere Magnete jetzt quasi. Ja, 22 Meter pro Sekunde. Wir sind nicht schneller geworden dadurch, aber wir können es jetzt quasi an- und ausschalten. Also, wenn ich das jetzt hier zurückziehe, dann seht ihr, das wird angedockt. Zumindest eins von beiden. Ja, jetzt haben wir beide und ihr seht, wir werden wieder langsamer wegen dem Luftwiderstand. Und wenn wir das wieder anschalten wollen, dann müssen wir halt einfach die beiden da anschalten und dann das so machen. Ähm, wir werden schneller aus irgendeinem Grund gerade. Keine Ahnung warum. Aber an sich, ja, jetzt beschleunigen wir wieder. Also, so kann man einen, äh, Kraken-Drive machen. Einfach an- und ausschalten durch so eine Solarzelle. Genial. Dann bringen wir das mal in so eine finale Form quasi rein. Ich würde das, ich würde die Sonne hier unten ganz gerne quasi entfernen, ähm, damit wir da quasi mehr Platz für Magneten haben. An sich haben wir ja oben auch schon eine. Also, das reicht an sich, ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich diese Andockluke da wirklich effektiv verwenden kann. Ich fürchte nicht. Ja, okay, dann können wir hier einfach mal die Magnetkraft ein bisschen erhöhen. Und da ist die natürlich überall auf Null. An sich brauchen wir gar keine Abtrennkraft. Das wollen wir die überall hier nehmen und, ähm, einfach auf Null setzen. Ja, ähm, die ist dann relativ irrelevant. Dann testen wir das einmal nochmal aus. Ähm, das ist ja jetzt auch schon eine recht lange Folge. So, drei, zwei, eins, Null. Und dann wird das so ein bisschen nach oben gedrückt. Und schon beschleunigen wir wie sonst was. Ihr seht das. Unglaublich schnell. 28 Meter pro Sekunde, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell jetzt. Man kann man jetzt verrückt spielen, man kann unendlich viele Magneten auf beiden Seiten anfügen. Aber an sich, so funktioniert das auf jeden Fall. Ja, ähm, das war's dann quasi mit dem Video, würde ich sagen. Wir können jetzt hier herumfliegen. Wenn ihr im Weltall seid, dann funktioniert das natürlich deutlich besser. Kein Luftwiderstand, keine Gravitation. Ähm, ich würde es einmal nochmal hier auf der Erde ausprobieren mit quasi Gravitation, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber man kann ja hoffen. Ja, man kann ja hoffen. So, Kollisionsschaden brauchen wahrscheinlich auch nicht mehr. Denn da schwingt nichts hin und her, was irgendwas kaputt machen könnte. So. Und. Nö, da passiert gar nichts. Genial. Ähm, okay, eine letzte Sache. Ja, wirklich eine letzte Sache will ich nur ausprobieren. Kann man das als Fahrzeug verwenden? Also, wenn wir das Ganze hier nehmen und einmal quasi drehen. Okay. Bitte. Ich möchte markieren, aber es lässt mich nicht. So, einmal drehen. Ähm, beeinflusst jetzt natürlich die Position der Magneten, weil die rutschen dann einfach nach unten. Aber ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich würde keine Räder nehmen. Räder haben einen recht hohen Widerstand. Nehmen wir Solarzellen, die rutschen dann quasi einfach da drüber. So, und. Drei, zwei, eins. Klick. Oh, okay, man kann es als Fahrzeug verwenden. Wir beschleunigen auf jeden Fall. Wir bleiben dann aber wahrscheinlich stecken. Ähm, ja, also an sich ist... Oh. Okay, wir haben einen der Magnete kaputt gemacht. Beziehungsweise wir haben die gerade fusioniert in einen. Und wir sind ziemlich, ziemlich schnell hier. Und gehen kaputt. Juhu. Kann ich das zurücksetzen? Geht das? Nö, ist einfach hoffnungslos kaputt. Naja, egal. Also, damit halten wir es. Ja. Ähm, soll ich, soll ich das einfach mal jetzt Link in die Videobeschreibung packen? Also, so wie wir es eben hatten. Vertikal. Ich glaube schon. Ich mache es einfach mal, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Ähm, ihr braucht dann natürlich die, äh, Cheats, also keine Gravitation, wenn ihr es benutzen wollt. Oder ihr müsst es halt erst mal mit einer Rakete ins All bringen, um es dann richtig zu nutzen. Ähm, ja. Also, müsst ihr mal ausprobieren. Das ist natürlich recht groß. Also, wenn wir hier zum Beispiel das Falkentrittwerk reinpacken, ähm, theoretisch können wir auch einfach das größte Trittwerk nehmen. Ähm, ja. Das ist knapp doppelt so groß wie das größte Trittwerk im Spiel. Aber hat halt kaum Schub. Also, ist so ein bisschen ein Ausgleich. Es ist relativ schwer, relativ groß. Hat sehr wenig Schub. Aber es braucht halt gar keinen Treibstoff. Ja. Also, ist ein bisschen so ein Bug, den man ausnutzen kann. Auch wieder, man kann natürlich die P-Editing benutzen. Hier, man kann die Magnetkraft quasi auf negative Werte setzen. Keine Ahnung, ob das geht. Und dann hier die Magnetkraft auf, bitte was? Ich hatte die Magnetkraft nicht auf volle Stärke. Bei wie vielen war das der Fall? Nüsste, jetzt muss ich es nochmal ausprobieren. Egal. Ähm, jedenfalls, man kann hier die Magnetkraft natürlich auf sehr hohe Werte setzen. Man kann das hier zum Beispiel halb so breit machen und dann da noch weitere reinpacken. Das heißt, man kann da tausenden Sachen herumspielen. Man kann die Andock-Lupen selber auch winzig klein machen. Also, das kann man natürlich wild damit herumspielen mit BP-Editing. Aber ich mache das hier alles in Vanilla. So, einen letzten Test brauchen wir noch. Ähm, Nanu, warum wir das nicht? Achso, hoppla. Ähm, ja. Ich habe natürlich die Gravitation eingeschaltet. Ähm, ja. Okay, dann war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link dazu ist in der Videobeschreibung, wenn ihr es haben wollt. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.